Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie den Behälter Ihres Aranspenders tauschen können. Lösen Sie zuerst den Behälter, indem Sie diesen im Uhrzeigersinn drehen. Nehmen Sie diesen dann nach oben ab. Bevor Sie den Behälter aufsetzen, fetten Sie die Dichtung an der Unterseite ein. Setzen Sie dann den Behälter auf und befestigen Sie diesen, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017